Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alessandro Milea und ich freue mich, dass du in diesen Kurs investiert hast, um dieses großartige kleine Instrument zu lernen. Und drauf, leicht schräg, drauf kannst du ihn leicht schräg halten, dass du ein bisschen über den Nagel und ein bisschen über die Haut spielst. Die erste Technik ist die, wo du nur mit dem Daumen spielst. Du könntest zum Beispiel schon mal das zusammen machen und schon mal einen Akkord spielen. Du kannst jetzt mal deinen Ring füllen. Junior, Mountain Mama, take me home. Country Road Ganz tolle Akkorde und super Text. Unglaublich berührender Text. C C Major F F Untertitelung. BR 2018